Herr Tarasch? Das ist DER Mann für mich. Ich liebe ihn. Husch, ins Bad, wir machen dich ein bisschen zurecht. Jetzt passt mal auf. Ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich an einem Kram gearbeitet habe. Dem alten Wirt wollten wir alles noch mal durchgehen. Aber ihr habt es ja nicht nötig... Entschuldige, ich hab's vergessen. Vergessen? Macht euren Westen Zukunft alleine. Die von Plauens geben ein Gartenfest. Wenn sie möchten, könnten sie gerne mitkommen. Das wäre mir eine große Freude. Er ist bekannt durch seinen Segelsport und... Sie ist eine große Österreichische. ...misschen mit sie immer. Genau. Da trifft sich alles, was in der Umgebung Rang und Namen hat. Ach, da ist sie. Darf ich Ihnen vorstellen? Ich hab keinen Hunger mehr. Meine kleine Schwester Emma. Ja, Felix und ich, wir kennen uns schon. Emma. Ihr seid wirklich Schwestern? Halbschwestern. Ja, Rosalie hat einen anderen Vater als ich. Rosalie. Schönen Namen. Danke. Wollen Sie jetzt auf das Gartenfest mitkommen, oder? Ähm... Gerne. Wenn Emma mitkommt. Ach, Herr Sonnenwichtler, ist die Reiserruppe schon angekommen? Nein, der Busch steckt immer noch im Staufest. Weiß die Küche Bescheid? Ja, ja, natürlich. Das Mittagessen wird serviert, sobald die Herrschaften lassen. Was ist denn los? War was bei Ihrem Termin? Gab's Probleme? Ich hätte mich gar nicht drauf einlassen dürfen. Eine geschlagene Stunde stand ich umsonst vor dem alten Wirt. Auf wen haben Sie denn gewartet? Die ganze Nacht habe ich mit dieser Präsentation verbracht, weil es angeblich alles total wichtig war. Von wegen, anstatt sich mit mir zu treffen, wie es vereinbart war, haben die ja nichts besseres zu tun, als sich mit irgendeinem Innenarchitekten zu treffen. Welche Herren denn? Simon und sein Vater. Was haben die beiden mit einem Innenarchitekten zu tun? Das muss aber unter uns bleiben. Frau Tarasch, Diskretion ist mein Beruf. Sie haben doch sicher mitbekommen, dass der alte Wirt mal zu verpachten ist. Ja? Simon und sein Vater wollen das Gasthaus übernehmen. Den alten Wirt? Und ein Gourmet-Restaurant draus machen. Na gut, dass ich das auch erfahre. Woher wissen Sie das? Von Simon. Ist mein Bruder im Haus anfangs. Tut mir leid Herr Direktor, ich weiß es nicht. Ach das noch. Warum? Das Angebot von Herrn Tarasch ist die Chance. Auf dem Fest kann man wichtige Leute kennenlernen und nebenbei noch jede Menge Spaß haben. Du, ich mach mir nichts aus solchen Festen. Emma, das ist ein Gartenfest bei Juliane und Konstantin von Plauen. Und wenn es Kaiserin Sissi persönlich wäre, es interessiert mich nicht. Okay, darf ich mal ganz kurz was sagen? Ich hab sowieso nur zwei Einladungskarten. Ja, also, keine Sorge, ich verzichte gerne. Geh du nur und mach deine Kontakte. Emma, wohin gehst du denn? Wir wollten doch noch essen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Problem sein sollte, Emma mit aufs Fest zu nehmen. Eigentlich wollte ich sie mit aufs Fest nehmen, damit sie ihre Kontakte knüpfen können. Ach, in München komme ich auch auf jeden Event, egal ob ich eine Einladung habe oder nicht. Das Gartenfest der von Plauenz ist nicht irgendein Event. Wir werden schon sehen. Und übrigens, den Tisch für Emma und mich, den können sie anderweitig vergeben. Wir sehen uns dann später. Um sieben pro Motel. Um sieben. Ist Post für mich da? Einen Moment. Alphons Weiderbauer Linder ist da und belegt. Haben Sie noch eine zweite Nummer? Der Herr Sombichler begrüßt gerade eine Reisegruppe. Schon gut. Ah, da ist er ja, der neue alte Wirt. Hallo, Werner. Sag, wie kommst du dazu, aus dem alten Wirt ein Gourmet-Restaurant machen zu wollen? Wer hat dir denn das geflüstert? Der Fürstenhof deckt diesen Bereich bereits vollständig ab. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ah, du willst mir Konkurrenz machen? Pass auf, dass du dich damit nicht überhebst. Tito. Der alte Wirt ist eine Dorfkneipe. Um daraus einen Gourmet-Tempel machen zu wollen, muss kräftig investiert werden. Ich glaube kaum, dass die Brauerei Linder dazu bereit ist. Aber ich bin dazu bereit. Zum Glück wolltest du mich ja als Investor für den Fürstenhof nicht haben. Jetzt habe ich ja ein bisschen Geld übrig. Und jetzt willst du dein ganzes Geld in diesen Schuppen stecken? Heute am frühen Abend treffe ich mich mit Moritz Linder und ich bin überzeugt, dass ihm das Konzept, das wir ihm vorlegen werden, gefallen wird. Was für ein Konzept? Ein kleines, aber feines Restaurant, wo ich meine Vorstellung von regionaler und internationaler Küche kombinieren kann. Was ist denn mit deinem Prozess? Hast du vergessen, dass du auf Kozion frei bist? Lass mal meine Sorge sein. Cuisine Charlotte wird eine Goldgruppe sein. Ah, Cuisine Charlotte, ey. Dann haben sie mir gerade eingefallen, so werde ich mein neues Restaurant nennen. Klingt doch gut, oder? Wenn du dich da mal nicht irrst. Wie er Rosalie die ganze Zeit angeschaut hat, das ist eindeutig. Felix hat sich in sie verknallt. Und wie erleichtert er war, als ich gesagt habe, dass ich nicht mit auf das Gartenfest gehe. Natürlich hat es Rosalie nun gut gemeint. Aber ich habe keine Lust, das fünfte Rad am Wagen zu sein. Ich dachte, du hast gar keinen Hunger. Nett habt ihr es hier. War gar nicht so einfach, euren Aufenthaltsraum zu finden. Warum bist du denn abgehauen, hm? Felix will mit dir auf das Gartenfest gehen. Nicht mit mir. Ich habe ihm von meiner Suche nach exklusiven Immobilienobjekten erzählt und er hat vorgeschlagen, auf das Fest zu gehen. Es war alles. Er ist in dich verknallt. Du siehst Gespenster. Ich bin doch nicht blind. Doch, Frau Liebe. Wir gehen heute alle zusammen auf dieses Fest. Dein Felix Tarrasch, du und ich. Er will aber mit dir alleine hingehen. Ich aber nicht. Ich liebe Moritz. Dein Felix Tarrasch spielt nicht in meiner Liga. Wer meinst du das denn jetzt? Na, was Moritz Linda mir bietet, kann doch ein kleiner Restaurantleiter wie dein Felix nicht. Ganz einfach. Charlotte, ganz allein? Alphons. Darf ich mich einen Moment zu dir setzen? Natürlich. Ach, das tut gut. Ich habe gerade eine dreißigköpfige Reisegruppe begrüßt. Die sind stundenlang im Stau gestanden, aber jetzt sind sie da und erstmal versorgt. Du, apropos. Hast du was von Samia und Gregor gehört? Sind die gut in Afrika angekommen? Ja, ich habe vorhin mit Samia telefoniert. Ja, die zwei. Die zwei werden mir wirklich fehlen. Aber es ist gut, dass sie sich um Elisabeths Projekt kümmern. Ich bin froh, dass du immer im Fürstenhof geblieben bist. Wie kommst du jetzt darauf? Ohne dich würde ich mich im Moment hier sehr einsam fühlen. Ja. Elisabeths Tod ist nicht einfach zu verkraften. Außer unserer Freundschaft, Alphons, hält mich hier eigentlich nichts mehr. Und Werner? Wenn ich ehrlich bin, haben wir nicht mehr sehr viel gemeinsam. Und was ist mit deinem Schwager? Ich hoffe, er lässt dich jetzt in Ruhe. Ich gehe ihm konsequent aus dem Weg. Und ich hoffe, dass er irgendwo anders ein neues Leben beginnt. Das wird er wohl nicht tun. Dann muss ich dich enttäuschen. Was heißt das? Hast du mit André gesprochen? Tch. Aber wenn ein Freund so gute Kontakte hat, warum gehst du dann nicht mit ihm auf das Gartenfest? Moritz hat viel zu tun. Außerdem möchte ich geschäftlich auf eigenen Beinen stehen. Ja, wie tust du das denn nicht? Doch! Aber gerade deswegen möchte ich das Angebot von Herrn Tarasch annehmen. Auf diesem Fest wird es nur so von Haus- und Wohnungsvisitzern wimmeln. Schon gut. Nur was habe ich da zu suchen? Du gehst dorthin, um wieder mit deinem Traummann zu tanzen. Diese Gelegenheit kann sie doch nicht hingehen lassen. Rosalie, er will aber nicht mit mir tanzen. Also du hast mir doch selbst erzählt, dass ihr auf dieser... dieser Hochzeit miteinander getanzt habt und dass da ein Zauber zwischen euch war. Oder hast du das nur erfunden? Nein! Aber vielleicht war es für mich einfach viel mehr als für ihn. Also wenn da was war, dann ging das auch von ihm aus. Dazu gehören immer zwei. Ich weiß nicht. Um das herauszufinden, kommst du heute Abend mit. Das ist ein schwesterlicher Befehl. Na gut. Du wisst sie. Es wird ein unvergesslicher Abend. Felix, meine Mittagspause ist schon längst um. Okay, also wir treffen uns um 7 Uhr vor dem Hotel, dann Felix wird auch da sein und ich hole euch mit meinem Wagen ab. Und zieh das Kleid an. Ja. Welch schöner Anblick. Was machen sie denn hier? Tja, wenn die Liebe winkt, dann folge er ihr. Meinst sie mich damit? Nein, mich. Du, kann ich so auf das Fest der von Plauns gehen, ohne mich zu blamieren? Die Party der von Plauns? Ja. Hast du dafür etwa eine Einladung bekommen? Rosalie will mich mitnehmen, auch ohne Einladung. Da kann man doch ohne Einladung hin. Naja, es wird schwierig werden. Denkst du, dass das Kleid geht? Absolut. Also mit dem Kleid und mit mir als Begleitung, da kommst du überall rein. Du bist aber nicht meine Begleitung. Was sagst du? Mit oder ohne Krawatte? Was ist das denn für ein Blödsinn? Da züchtet doch tatsächlich ein Bauer im bayerischen Waldstrauße. Demnächst macht er noch eine Korkodilfarm auf. Wie ist das denn da? Bayerischer Landboote. Immer mehr von meinen Bauernkollegen kümmern sich jetzt um dieses exotische Viehkram, statt kühl zu halten, wie wir früher. Tja, die werden schon ihre Gründe haben. Also mit oder ohne? Ja, Geldgier. Was denn sonst? Vielleicht folgen sie nur den Gesetzen der Marktwirtschaft, die man so schön sagt. Aber was soll denn das für ein Markt sein? Wozu brauchst du eine Strauße? Straußenfleisch schmeckt lecker. Willst du es jetzt etwa auf die Speisekarte setzen? Das eine sage ich dir. Solange ich Miteigentümer auf dem Fürstenhof bin, kommt das nicht in Frage. Das sind ja ganz neue Töne. Ich dachte, du wolltest dich in die Geschäfte des Fürstenhofs einmischen. Mein Herz hängt an der Natur, das weißt du doch. Nicht an den Geschäften. Und natürlich an dir. Fest schaust du aus. Du wirst die Blicke aller Frauen auf dich ziehen. Ich gehe nicht allein auf das Fest. Aha. Geht Viktoria jetzt? Doch nicht. Nein, ich... Ich habe jemanden kennengelernt. Eine neue Kollegin. Rosalie. Ist die Halbschwester von Emma. Aha. Arme Emma. Vater. Emma und ich sind einfach nur gute Freunde. Und ich bin ihr wirklich dankbar, dass sie dich von einer großen Dummheit bewahrt hat. Felix. Du weißt, Emma ist ein richtiger Sonnenschein. Emma ist ein nettes Mädchen. Mehr nicht. Ja? Hey. Hast du kurz Zeit? Ich habe zu tun. Du drückst mich irgendwie falsch aus. Nein, du drückst dich nicht falsch aus. Ich meine... Hier. Für dich. Dafür, dass du mir das Restaurantkonzept nicht um die Ohren gehauen, sondern nur für die Füße geschmissen hast. Ich hätte es besser verbrennen sollen. Ach Quatsch. Viktoria, es ist wirklich großartig geworden. Mein Vater und ich wissen gar nicht, wie wir dir danken sollen. Das stimmt nicht, indem ihr mich vergesst und stundenlang warten lässt. Ich weiß, das tut mir auch wirklich leid. War es das? Wenn wir den Zuschlag für den alten Wirt bekommen, dann... Es ist wirklich nur dein Verdienst. Wir treffen nachher den Besitzer von der Brauerei, Moritz... Moritz Linder. Kennst du das? Vom Namen her, ja. Genau. Ich bin mir sicher, mit deinem Konzept in der Hand, dann... werde ich ihn überzeugen, dass wir die richtigen Pächter sind für den alten Wirt. Simon, ich komme da nicht mit. Wohin? Jetzt tu doch nicht so. Du stehst hier mit Blumen, machst du vor Eugen Sünder und willst nur, dass ich zu diesem blöden Termin mitkomme. Ich hätte es wissen müssen. Dich kann man wirklich nicht in das Licht führen. Doch, indem man sich ein bisschen mehr Mühe gibt. Nimmst du wenigstens meine Entschuldigung an? Ich bin eigentlich noch nicht. Ihr schafft es auch ohne mich. Wo Rosalie wohlbleibt? Tja. Parkt sie auf dem Hotelparkplatz? Möglich. Was ist? Schönes Kleine. Na, jetzt war Hübschen. Steigt ein. Hallo. Ich gehe nach hinten. Ich bin kleiner. Okay. So ein tolles Auto. Wie kannst du dir denn sowas leisten? Das hat mir mein Freund geschenkt. Gute Partie. Ja, Rosalie ist in festen Händen. Vor allem in guten. Jetzt hören Sie mal, Frau Hauser, unser Bier verkauft sich auch ohne großes Brimborium. Qualität spricht für sich. Ist gut. Was? Mir san mir. Ja, großartig, Frau Hauser. Gratuliere. Ja, so sagt man das auf bayerisch. Manche meiner Mitarbeiter verstehen die Philosophie unserer Brauerei nicht. Mein Sohn und ich hoffen sehr, dass wir Ihren Geschmack getroffen haben. Ja, wir wollen den Charme des alten Wirtshauses beibehalten und ihn mit neuen Ideen kombinieren. Gourmetküche in authentischer Umgebung mit Produkten aus der Region. Das klingt sehr gut. Qualität, Geschmack und Tradition. Genau. In gemütlicher Atmosphäre, nicht in einem hellen, kalten Warteseil. Da muss sich der Gast wie auf der Schlachtbank finden. Genau. Ja, das wird sowohl Gäste aus der Region anziehen, als auch das Publikum aus München. Ihre Küche habe ich schon mal probiert. Im Fürstenhof bei einer Tagung. Das war sehr gut. Das freut mich sehr. Wichtig für uns ist, dass unser Betrieb traditionell und auf hohem Niveau geführt wird. Gibt es denn viele Interessenten für den alten Wirts? Genügend. Und wie stehen unsere Chancen? Ich werde mir Ihr Konzept nochmal in Ruhe zu Gemüte führen und Sie dann anrufen. Leider muss ich jetzt schon zum nächsten Termin. Ich bin froh, dass Ihr heil angekommen seid. Sag mal, Gregor, haben Sie dich schon zum Medizimann ernannt? Ich stehe hier unter einem Baum mitten im Dorf und warte auf Emma und ihre bildhübsche Schwester. Wir gehen zusammen auf den Garten fest. Dein Traummann langweilt sich ohne dich. Ich hätte dir Rosalie eine kaufen sollen. Du, er hasst es, wenn man zu aufdringlich ist. Hast du das denn schon ausprobiert? Was? Na, aufdringlich werden. Gregor, ich habe Rosalie gesehen und ich sag's dir, es war passiert. Aber die ist leider liiert. Ja, das sagst du so leicht. Nein. Ich glaube, ich muss aufwenden, die beiden kommen wieder zurück. Ja, ich halte dich auf dem Laufenden. Bis dann. Ciao. Das Gartenfest ist deine Chance. Ja, wenn ich überhaupt reinkomme. Ach ja, du gibst dem Typen am Eingang die Rose, den Rest redet ja ich. Das wird schon klappen. Ach ja, Moritz erfüllt mir wirklich jeden Wunsch. Ich will auch mal so einen tollen Freund haben. Den wirst du schon noch bekommen, Emma. Ich hab da hinten geparkt. Ja, Parkplätze hinter dem alten Wirt haben wir auch geplant. Das ist eine sehr gute Idee. Über die Investitionen sollten wir allerdings noch mal gesondert miteinander... Das darf ja wohl nicht wahr sein. Hallo Charlotte. Darf ich oder erwartest du jemanden? Ja, den Kellner. Ich habe nämlich unbändige Lust auf etwas Süßes. Ja, so eine kleine Seelentröstung könnte ich auch gut gebrauchen. Vor allem, wenn ich nicht bald einen neuen Koch finde. Spitzenköche wie Robert oder André sind leider nicht so schnell zu finden. Wäre es wohl möglich, dass ich ein Parfait-Charlotte bekomme? Moment, möchtest du auch eins? Nein, danke. Äh, dann nur für mich, bitte. Meine Beziehung zu meinem Bruder war zwar nur von kurzer Dauer, aber sein schlechtes Benehmen hast du trotzdem schnell gelernt. Ich wollte dir nur ein Stichwort geben, damit du über André lästern kannst. Ach, und deswegen bestellst du an meiner Gegenwart dieses Parfait, das André extra für dich kreiert hat? Findest du das nicht geschmacklos? Über Geschmack lässt sich streiten. Über den alten Wirt wohl kaum. So bist du über Andrés Pläne informiert? Ja. Ja, damit bleibt er in deiner Nähe. Mir gefällt diese Idee ganz und gar nicht. Aber wenn du glaubst, dass ich mich da jetzt einmische, dann hast du dich geirrt. Wir müssen das verhindern. Ihr könnt es nicht lassen, euch das Leben gegenseitig schwer zu machen. André macht mir das Leben schwer, wenn ich dich korrigieren darf, ja? Wer wem den schwarzen Peter zuspielt, ist mir egal. Ich bin aus dem Spiel raus. Einmal Parfait, Charlotte. Bitte schön. Ich bin noch nie mad, wie ich nicht. Ich bin noch nichtlawisieriger, aber vielleicht, wenn der ist so ein Zeichen, Und den eigentlich, das ist das für mich nicht. Aber wenn du siehst, kenne ich das für dich nicht. Es lügt mich doch nicht an, Rosalie. Das ist dein heimlicher Liebhaber. Oh, umsehen. Du bist mein Liebhaber, sonst niemand. Ich hab genug von deinen Spielchen. Ich lass mich nicht mehr länger von dir zum Affen machen. Du wolltest doch eine Zeit lang deine Ruhe haben, nicht ich. Und du hast schon wieder einen völlig überteuerten Fummel bei Sonja gekauft. Ich wollte ihm meine Freude machen. Damit ist jetzt Schluss. Jetzt beruhig dich doch. Das ist also nur ein Missverständnis. Ich liebe dich. Du weißt doch gar nicht, was das ist. Ähm, sag, geht doch schon mal vor. Ja, ich muss noch was mit Moritz besprechen. Rosalie, das mit dem Kleid hättest du nicht machen brauchen. Jetzt meint es nicht so. Das ist manchmal ein richtiger Hitzkopf. Ups. Sieht nach einer leichten Beziehungskrise aus. Ich geh da jetzt hin. Vergiss es. Das Feste vom Plaunz, das ist eine Festung. Da spaziert man nicht einfach so in eine Einladung rein. Aber ich muss es doch wenigstens versuchen. Weißt du, was Rosalie heute zu mir gesagt hat? Weißt du was? Wem die Liebe winkt, der sollte ihr folgen. Ich hab dir das schon erzählt. Reden uns seit einer Stunde von nichts anderem mehr. Komm doch mit. Nein. Kein Interesse und keine Zeit. Was machst du denn da? Ich vergleiche unser Konzept mit dem eines anderen. Du hast doch gesagt, dass das Treffen mit dem Typ von der Brauerei gut verliebt. Ja, das lief es ja auch. Sehr gut sogar. Bis auf den Abgang von Linda. Mitten in der Verabschiedung steigt er in seinen Wagen und flitzt ab. Rosalie hat einen Flitzer. Ich hab sie vom Parkplatz vorhanden gesehen. Sowas von cool. Von wegen. Wenn du mich fragst, das ist ein durchtriebenes Ludern. Und anscheinend fährt sie gerne zweigleisig. Das ist die Schwester von Emma. Ja und? Nur weil es die Schwester von Emma ist, ist es jetzt eine Heilige oder was? Also, was Frauen angeht, bist du im Moment vielleicht wirklich etwas negativ eingestellt. Ich meine, ich kann das gut verstehen, ja? Aber bei Rosalie bist du da definitiv auf dem falschen Dampfer. Bin ich nicht. Bist du doch? Nein. Deine Rosalie, ja? Die hat versucht, mich anzugraben, weil sie gedacht hat, ich sei ein dicker Fisch. Sie hat eben Ansprüche an einen Mann. Ach so, Ansprüche. Und willst du, kleiner Page, diesen Ansprüchen gerecht werden? Du hättest noch auf dem Fest bleiben sollen. Das Feuerwerk wird bestimmt großartig. Ich hätte mich da alleine nicht wohlgefühlt. Und außerdem wäre Rosalie bestimmt nicht mehr gekommen. Ja, den Anruf aus dem Restaurant konnte ich leider nicht ignorieren. Ja, ist schon klar. Wenn es Probleme gibt, dann musst du natürlich nach dem Rechten sehen. Ja, also, ähm, schönen Abend noch immer. Äh, 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 meinst du, du wirst lange brauchen? Äh, also, heute Abend ist Tanz auf dem Heuboden im Dorf. Und das soll immer ganz lustig sein. Also, nicht so steif wie, äh, das Garten fährt gerade, ja. Also, wenn du das Problem in den Griff bekommen hast, dann könnten wir noch hingehen. Andermal vielleicht. Okay. Aber mit Rosalie wärst du hingegangen, oder? Ja, ich gehe heute nirgendwo mehr hin. Gute Nacht. Gute Nacht. Es müsste mir auch mal passieren, dass mir die Frauen hinterherlaufen. Dass ich nicht lache. Die Frau, die ich heiraten wollte, hat mich vor ein paar Tagen verlassen. Und einen anderen geheiratet. Schon vergessen? Das mit Samia, das meinte ich nicht. Viktoria hilft dir beim Konzept für den alten Wirt. Also, Ali wollte dich abschleppen. Ach, das sind doch gute Alternativen. Ich habe aber noch eine bessere Alternative. Meine neue Liebe, ja? Das wird mein eigenes Restaurant, das ich zusammen mit meinem Vater eröffne. Komm, das ist doch nicht dein Ernst. Weißt du, wenn du mir vor ein paar Wochen erzählt hättest, dass ich meine Zukunft in einem Projekt mit meinem Vater sehe, ich hätte dich verbrückt erklärt. Dann wärst du mir in die Gurgel gegangen. Aber irgendwann im Leben muss man wissen, wohin man will. Ich habe Wein gemacht in Australien, ich war Sommelier, Barbesitzer, jetzt Geschäftsführer. Aber ein eigenes Gourmet-Restaurant, das ist nicht nur ein Job. Das ist deine Aufgabe. Karriere ist nicht schlecht. Genau. Und darauf konzentriere ich mich jetzt. Vielleicht sollte ich das auch mal tun. Sag mal, braucht ihr in eurem Feinschmecker-Lokal nicht noch ein Restaurant, Leute? Wieso? Na ja, also Page ist doch jetzt kein Job mit Perspektive für die Zukunft. Verstehe. Du willst den Ansprüchen von Madame Rosalie gerecht werden und dich bei uns als Restaurantleiter bewerben, stimmt's? Felix hat nicht einmal versucht, so zu tun, als würde ihm meine Gesellschaft gefallen. Wenn Rosalie da gewesen wäre und wem das Problem mit der Schankanlage im Restaurant bestimmt egal gewesen. Ich lösche seine Nummer. Das ist das Beste. Felix will nichts von mir. Er hat nur Augen für Rosalie. Das sieht doch ein Blinder mit Krückstock. Hoffentlich trennt sich Rosalie nicht von ihrem Freund. Was der ihr heute an den Kopf geworfen hat, das war echt schlimm. Aber wie cool meine große Schwester dabei geblieben ist. Sie hätte sich von Felix nicht so einfach abschütteln lassen. Sie hätte ihn so lange bearbeitet, bis er mit ihr auf den Heubodentanz gegangen wäre. Was der ist von Willa? Ich bin tot auditory für Jesus und ». Das war's. Ja, bitte? Guten Morgen, Herr Direktor. Ihr Frühstück. Ja, danke, Herr Spohnheim. Stellen Sie nur hier hin. So früh schon fleißig? Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm. Sie sagen es. So, dürfte ich? Bitte. Ich hätte diesbezüglich ein paar Fragen an Sie. Ja, ja? Zu den Vögeln oder zu den Würmern? Ich würde mich gerne über meine beruflichen Perspektiven im Fürstenhof informieren. Herr Spohnheim, ich habe zu tun. Schließlich möchte ich nicht immer Page bleiben. Für das Personal ist Frau Tarasch zuständig. Wie schätzen Sie meine Aufstiegschancen ein, Herr Direktor? Was schwebt Ihnen denn so vor, Herr Spohnheim? Ich suche nach einer echten Herausforderung. Kofferschleppen ist wichtig. Und das macht auch Spaß. Aber ich möchte auch weiterkommen. Wie wäre es zum Beispiel als Restaurantleiter? Wie bitte? Ich bin dafür durchaus geeignet. So, so. Herr Spohnheim, erstens, der Fürstenhof hat einen Restaurantleiter. Zweitens sind Sie vielleicht dafür geeignet, aber nicht qualifiziert. Die entsprechende Ausbildung mache ich in Abendkurse. Was denn für Abendkurse? Ihr Neffe ist auch Geschäftsführer geworden, ohne Betriebswirtschaft studiert zu haben. Doch langsam. Nicht frech werden, Herr Spohnheim, ja? Simon ist da ganz meiner Meinung. Er hat den Mut, quer ein Steiger in eine Chance zu geben. Ja, ist ja gut. Dann werde ich das Angebot annehmen. Was ist denn für ein Angebot? Ich habe Ihnen keines gemacht. Das von Simon und seinem Vater. Ich fange in dem Gourmet-Restaurant als Restaurantleiter an. Guten Morgen. Na, du siehst aber nicht so aus, als ob du große Lust hast zu arbeiten. Du treibst schon so früh Sport. Tätet ja auch gut. Ist mit deinem Freund und dir wieder alles in Ordnung? Tut mir leid, dass ich dich und dann an Felix allein lassen musste. Hattet ihr einen schönen Abend? Ging so. Hat er getanzt? Dein Freund war ganz schön wütend gestern. Oh ja. Moritz hat ja was total missverstanden. Aber nach jedem Streit gibt es wieder eine leidenschaftliche Versöhnung. Leider konnte ich Moritz nicht mehr dazu bewegen, noch mit aufs Fest zu gehen. Ja, hier, das Kleid geben wir wohl besser zurück. Immer, das ist ein Geschenk. Nein, nein. Moritz wünscht dir viel Spaß damit. Er meinte übrigens, dass du bezaubernderin aussiehst. Dafür muss ich mich aber bei ihm bedanken. Schläft er noch? Ach, er ist schon längst wieder in München. Er hat wahnsinnig viel zu tun. Na ja, vielleicht lerne ich ihn ja ein andermal kennen. Bestimmt. Aber jetzt erzähl doch mal von dem Fest. Hast du jemanden Interessanten kennengelernt? Wir waren nur ganz kurz da. Warum das denn? Rosalie ist der Wahnsinn. Die ist elegant, charmant, die ist wunderschön. Sag mal, kann es sein, dass du dich verliebt hast? Ich habe dir noch erzählt, dass ich Miriams Parfum in der Lobby gerochen habe. Rosalie trägt es. Sie hat nicht zufällig Ähnlichkeit mit Miriam. Ein bisschen. Ich weiß eigentlich überhaupt nichts über sie, außer dass sie liet ist. Du weißt eigentlich überhaupt nichts über sie, außer dass sie liet ist? Okay, wolltest du nicht Simon trösten? Ich brauche ihn nicht trösten. Er hat vor, mit seinem Vater ein Restaurant zu eröffnen. Ein Restaurant? Mhm. Und du machst die Innendekoration? Nein, ich hatte einfach das Gefühl, etwas ändern zu müssen in der Wohnung. Hier, in dieser, unserer Wohnung? Ja, hast du was dagegen? So ein bisschen mehr Eleganz und Charme können nicht schaden, falls Rosalie mal zu Besuch kommt. Also ich finde die Wohnung ganz okay. Das Einzige, das mich stört, ist das Sofa. Dann mal schauen, was sich da machen lässt. Ja. Hallo. Du wolltest mich sprechen? Was gibt's denn so dringend? Ist irgendwas mit dem Frühstück nicht okay? Auch wenn du als Geschäftsführer im Fürstenhof nicht mehr arbeiten willst, heißt das noch lange nicht, dass du mir in den Rücken fallen kannst. Du weißt also Bescheid? Komm, setz dich doch bitte. Ich kann weder deinen Vater noch dich daran hindern, euch um den alten Wirt zu bewerben. Aber ich werde nicht zulassen, dass ihr mir meine Mitarbeiter abwerbt. Wie bitte? Deinem Vater traue ich sowieso alles zu. Aber von dir ist niemand bin ich enttäuscht. Auch wenn ich deine Verbitterung über die Geschichte mit Samia verstehen kann. Solche Aktionen habe ich von dir nicht erwartet. Wer hat dich darauf angesprochen? Ich werde keinen Namen nennen. Ben Sponheim vielleicht? Er hat behauptet, dass er bei euch Restaurantleiter wird. Ich habe Ben kein Angebot gemacht. Wie kommt er dann auf die Idee? Ich glaube, Ben hat neuerdings irgendwie das Gefühl, er hätte aus seinem Leben bisher nichts gemacht. Und da denkt er, er kann mich eben mal kurz erpressen. Felix hat die ganze Zeit nur Ausschau nach dir gehalten. Er wird sich umgeschaut haben. Der Mann ist doch nicht jeden Tag auf einem Fest des Hochadels. Weder der Hochadel noch ich haben ihn interessiert. Er wollte einfach nur so schnell wie möglich weg. Immer lang. So ist das nun mal, wenn man Restaurantleiter ist. Da muss man sich auch mal um eine kaputte Schankanlage kümmern. Das hat doch überhaupt nichts mit dir zu tun. Er wollte von Anfang an nicht mit mir auf das Gartenfest gehen. Also mit so einer negativen Einstellung erobert man kann und man... Ja, wie dann? Weinern ist die Zuflucht unscheinbarer Frauen. Mir zwei gehen shoppen. Oder hast du etwa genug hübsche Kleider und versteckst sie nur in deinem Schrank? Also bitte, der Fürstenhof ist kein Laufsteg. Ich arbeite hier. Aber du willst doch Felix Tarrisch gefallen. Bei dem eine Chance zu haben, müsste ich erstmal abnehmen, mir die Haare färben und was weiß ich nicht noch alles. Hm. Was hältst du davon, wenn du dir heute freinimmst und mit mir einen Ausflug in die Umgebung machst, hm? Ich würde mir gerne ein Bild davon machen, was es hier für Häuser gibt. Das geht nicht. Du brauchst aber Ablenkung. In der Stimmung ist es nicht gut, wenn du an Tarrisch begegnest. Felix? Hey, wo stehst du da rum? Komm rein. Ja, ich dachte, du hast vielleicht Abendbesuche. Die Dame, mit der du gestern auf dem Gartenfest warst. Daraus ist leider nichts geworden. Ach, das ist gut so. Wieso ist es gut so? Ja, wegen Emma, weißt du, es wäre ganz sicher traurig, wenn du dich jetzt verliebt hättest. Ich weiß, es geht mir nichts an. Dann misch dich da bitte auch nicht ein. Das ist einfach so eine dumme Angewohnheit von mir, aber Emma und du, ihr werdet einfach ein schönes Paar. Ich bin ja schon still. Ich bin jetzt auch nicht gekommen, um mit dir über dein Liebesleben zu diskutieren, sondern weil ich über den Fürstenhof nachgedacht habe. Willst du deine Anteile verkaufen? Nein, ganz im Gegenteil. Ich will mich mehr einbringen. Ich hatte auch schon eine Idee. Aha, schieß los. Ich möchte Charlotte und Werner den Vorschlag machen, aus dem Golfplatz einen Wildpark zu machen. Sowas familienfreundliches, mit Ponys, Karassellen, sowas für Kinder. Was hältst denn du davon? Das ist eine nette Idee. Aber ich glaube, da wirst du bei Werner auf Granit beißen. Der Fürstenhof ist ein Fünf-Sterne-Hotel. Prestige, Geld, spielt eine große Rolle. Außerdem ist der Golfplatz Werner Steckenfeld. Ja, aber nicht das von Charlotte. Und deswegen können wir beiden überzeugen. Elisabeth hätte das bestimmt auch gewollt. Dann versuch's. Worum geht es denn, Herr Direktor? Herr Schwundheim, ich bin jetzt nicht Ihr Herr Direktor, sondern ein ganz einfacher Gast. Und Sie sind der Leiter dieses Sterne-Restaurants. Wie jetzt? Was können Sie mir denn empfehlen? Ich verstehe, Sie wollen mich testen. Haben Sie eine Puntard à de Milieu? Können wir machen. Ja, dazu hätte ich gerne einen Pouillet-Fuissé. Nein, vielleicht besser einen Pouillet-Montrachet-Grand-Cru. Nein, einen Alox-Corton. Pouillet-Fuissé klingt gut. Herr Schwundheim, es geht nicht darum, dass es gut klingt, sondern dass ich zu einem Perlhuhn keinen Weißwein möchte, sondern auch einen Rotwein. Und vorzugsweise auch aus dem Burgund. Das wäre dann welcher? Da muss ich leider passen. Na gut. Versuchen wir es mal. Mit dem Basiswissen. Legen Sie mir ein Fünf-Gänge-Menü auf. Sie können einen wirklich gut demotivieren, Herr Direktor. Sagen wir es einfach, Herr Schwundheim. Sie haben keine Ahnung. Ja, aber ich bin lernfähig. Gut, dann schreiben Sie gleich mit. Wer hoch pokert, muss doch gut bluffen können. Simon hat Ihnen den Posten des Restaurantleiters überhaupt nicht angeboten. Sie dachten, Sie könnten mich mit Ihrer dreisten Lüge unter Druck setzen und so Karriere machen. Ich wollte einfach nur weiterkommen. Nichts dagegen einzuwenden, dass Sie versuchen, sich einen Mantel anzuziehen, der Ihnen ein paar Nummern zu groß ist. Aber dass Sie diesen Mantel auch gleich klauen wollen, das disqualifiziert Sie endgültig. Hallo, Emma. Was ist los? Die Zimmer 18, 21 und 23 werden in einer halben Stunde neu belegt. Ja, ich wollte mich auch eigentlich gerade umziehen gehen. Ja, und worauf warten Sie? Ähm, ich war doch gestern Abend auf dem Gartenfestherr von Plauns. Ja, wo es Ihnen überhaupt nicht gefallen hat. Genau, wir hatten uns schon drüber unterhalten. Ja, drüber unterhalten ist gut. Sie sind mit so einer Leidensmine heimgekommen und wollten mir partout nicht erzählen, was los ist. Ähm, ja, vielleicht werde ich krank. Ich fühle mich nämlich gar nicht gut. Richtig schwindelig sogar. Ich musste mich vorhin sogar meinem Spind festhalten. Ach so, und deshalb haben Sie sich nicht umgezogen. Vielleicht sollte ich besser heimgehen. Das Lügen müssen Sie noch ein bisschen üben. Also, raus mit der Sprache, was ist los? Sie glauben mir nicht. Ich glaube schon, dass Sie was haben, aber das ist keine Krankheit. Liebeskummer? Richtige Diagnose. Na ja, gut, dann lassen Sie es für heute gut sein, Emma. Emma. Ausnahmsweise. Musik 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 Hast du denn mal mit Zeit? Charlotte, für dich immer, setz dich doch. Du willst also den alten Wirte übernehmen? Ich hab dir ja gesagt, dass ich ein Gourmet-Restaurant draus mache. Mit regionaler Küche. Ich bin gerade dabei, ein neues Konzept zu erarbeiten. Hältst du das für eine gute Idee, hier zu bleiben? Ich liebe dich. Und ich bin in deiner Nähe. Und mein Restaurant wird deinen Namen tragen. Christine Charlotte. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du und Werner werdet eure Harnenkämpfe nicht in meinen Namen austragen. Kein Problem. Ich werde einen anderen Namen finden. Wichtig ist, dass du mir vergibst und wieder mit mir sprichst. Ich kann nicht mehr ohne dich leben. Der Fürstenhof wird sich gegen dein Restaurant behaupten. Davon bin ich überzeugt. Das Tourant war als am alten Wirte. Sag mal, wie kannst du überhaupt nicht, ich hätte dir ein Angebot gemacht? Meinst du also auch, dass ich dafür nicht torge? Ich meine vor allem, dass es sofort auffliegt. Das glaubt dir auch kein Mensch. Warum eigentlich nicht? Bin ich zu blöd dafür, oder was? Darum geht es doch überhaupt nicht. Du hast meinem Onkel die Hucke vollgelogen. Das ist der Punkt. Ich war sauer, weil er mich so abgebügelt hat. Ich bin halt da rausgerutscht. Kannst du mal einen Felix Tarsch fragen, was da für eine Ausbildung dahinter steckt? Das ist kein Job, den man einfach so aus dem Ärmel schüttelt. Das weiß ich jetzt auch. Was ist denn eigentlich los mit dir? Das ist ja völlig neben der Spur. Ja, wundert dich das? Kaum habe ich mal eine gute Idee, kommt jemand und macht sie kaputt. Das nennst du eine gute Idee. Das war eine faustige Lüge, mehr nicht. Andere kommen mit sowas durch. Mir geht immer alles schief. Ja, frag dich mal, warum. Freundin habe ich nicht. Und Karriere, muss ich gar nicht erst drüber nachdenken. Ja, Mensch, wenn du immer zu hoch greifst. Als Freundin wolltest du 400 Mark, bei Job denkst du direkt am Restaurantleiter. Probierst du doch mal ein bisschen kleiner mit. Komm, komm, sag es doch gleich laut und deutlich. Ich bin ein Versager. Quatsch. Und damit ist jetzt Schluss. Schluss mit der Jugend. Jetzt bin ich erwachsen. Ja, also ich betrink muss super erwachsen. Kann das nicht sein, dass du da schon wieder dabei bist, ein bisschen zu hoch zu greifen? Wieso? Veranstaltest du dieses ganze Karriere-Theater vielleicht für eine gewisse junge Frau namens Rosalie? Nein. Ich habe begriffen, dass es so nicht weitergeht. Ich muss mein Leben ändern. Herr Sonnwichler ist so ein Schatz. Ich muss die Schicht nicht einmal nachholen. Und was ist mit mir? Schließlich war der Ausblick meine Idee. Du, du bist ein Goldschatz. Du, ich weiß, wo es einen romantischen See gibt. Wollen wir da hinfahren? Ah, machen wir. Aber zuerst zeigst du mir die Villa, von der du mir erzählt hast. Ja. Das ist der Wagen. Sind Sie sich sicher? Ja, das ist mein Auto. Grüß Gott. Frau Engel. Ja? Da ist dein Freund. Sie sind vorläufig festgenommen, wegen des Verdachtes Autodiebstahls. Steigen Sie bitte aus. Sie meinen also, ich wäre schlecht beraten, wenn ich mich auf Ihren Bruder als Pächter einlasse? Reiner Freundschaftsdienst unter Kollegen. Du willst sie doch nur erreichen. Rosalie. Er hat mir das Auto geschenkt. Oh, du Sinn. Im Fahrzeugbrief steht mein Name und es gibt mir bitte den Schlüssel. Kommen Sie bitte mit. Wer hier der Verlierer sein wird, das wird sie noch zeigen. Du kriegst mich nicht klein. Das Restaurant wird demnächst eröffnet. Verlass dich drauf. Und du verlass dich drauf, wer sich dazu verhindern weiß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.